Hallo zusammen und willkommen bei der Runde 3 für die Radio-Pilatus-Stage. Es ist erst gerade ein paar Wochen her, da ist er in Zürich im Hallenstadion auf der Bühne gestanden, hat es dort einen Preis entgegennehmen dürfen, jetzt schon ist er bei uns auf der Bühne. Niklas, Radio-Pilatus-Stage, geht zuerst dann aber noch bei Mike Wiesler. Erst noch da gewesen und jetzt schon wieder da, lange Zeit durch uns. Niklas, guten Abend Niklas. Guten Abend miteinander. So, gut und schön bist du da und du bist ja nicht einfach vergeben auf Luzern gekommen, weil es geht bald los, gerne mit deinem Showcase, Pilatus-Stage, in einer Viertelstunde, halb sieben Uhr geht es los, live hier im LZ Media House. Genau, ja, ich freue mich, es wird sicher cool. Also, was hast du mitgenommen, nebst dem neuen Album und Gitarre? Gitarre und Gitarist natürlich. Ah, du bist nicht ganz allein, in dem Fall? Ja, nein, ich bin nicht ganz allein, wir spielen jetzt das Zweite und es wird sicher ein bisschen... Es wird schön, wir spielen jetzt ein paar Songs vom neuen Album und mal schauen, wie die Luzerner draus sind. Also, los, dann lassen wir dich da aus der Studiotöre. Mit dem Lift geht es runter, gell? Viel Spass, halb sieben geht es los. Geniessen. Und sind wir gespannt, denn wir sind natürlich dabei mit Pilatus... Wünsche ich viel Spass mit dem Niklas. Gut zusammen. Geht es euch gut? Ja. Geht es euch gut? Ja. Super. 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 Musik. Geht es euch gut? I met you in a dream, I kissed you in a movie scene, and again, and again, and again, I fall for you. Yeah, I've been counting all the days and counting all the hours, text you every day and sending pretty flowers, try a different place to see your lovely face. There is a song called Looking For Your Love, and yes, we play it again in a different acoustic version, very cool. We need to play a little bit, but it's a bit complicated, but we can do it. Thank you. Thank you. You know exactly how I feel, it's kind of a little epic deal. I know you told me you might need some time, but I can't wait to make you mine. Yes, I can't wait to make you mine. I tried to run, but now I'm done. I'm looking for your love. You know that you already won. I'm looking for your love. You're all I want and all I need. I'm looking for your love to handle it and fall asleep. Cause all I want is you. And all I need is you. All I want is you. I've played for nine years before. I don't know if you know this, probably not. But I wanted to show you something to me on my side. Is anyone from me in my side of the room? No one, right? We're going to show you something to me. Now we're going to show you something. 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 Okay, so do you want me to show you something? Yes! Okay, can I do it all? Cool, now I see you all the time. If you have two hands, you! Okay, so cool. Okay, so if I'm going to show you all with me, that's good, are you ready? Yeah! Achtung, 1, 2, 3, go! And better... Und schnau das? Das war's für heute. Das war's. Girl of every dream of, you are perfect to me You've got that fun inside that makes me smile My heart stops for a while, cause you are too much for me I try to meet you all the time That's why I'm sending all these lines I still wait, wait, I'm still waiting for you Waiting for your call And I only sing this song for you To show you I'm pressed against this wall I still wait, wait, I'm still waiting for you Waiting for your call And I only sing this song for you To show you I'm pressed against this wall And I'm still waiting Waiting for your call I'm still waiting I'm waiting for your call I'm still waiting Thank you very much Thank you very much Luzern Mega schönes, mega vieles Spielen für euch Mega schönen Abend Eine gute Woche euch alle Wir sind Littl's Team Tschüss sein Cooles Konzert mit Niklas auf der Pilatus Stage Er ist bei mir, nicht gerade erschöpft, aber doch so ein bisschen geschaffen bist Ein bisschen müde bin ich, genau, langer Tag, aber es war cool, sehr cool Wie war es dich da in diesem Saal zu spielen? Es ist eine mega gute Akustik, ich habe mich super gehört, die Leute sind bereit gewesen, also hat Spass gemacht Aber auf dich warten natürlich jetzt ganz viele weitere Konzerte, auch Sommerfestivals, wo sieht man dich unter anderem? Man sieht mich zum Beispiel am Heiteren, man sieht mich am Stars and Town, man sieht mich an ein paar anderen, wo ich jetzt noch nicht sagen darf, aber ihr könnt auf der Website schauen, nichlasmusic.com, da gibt immer wieder neue Sachen Vielen Dank Niklas, mehr Pilatus Stage, sicher schon bald wieder Radio Pilatus 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 Radio Pilatus